Präsenz, Präteritum, Perfekt Lesen Er liest, er las, er hat gelesen Fahren Er fährt, er fuhr, er ist gefahren Essen Er isst, er aß, er hat gegessen Trinken Er trinkt Er trank Er hat getrunken Verkaufen Sie verkauft Sie verkaufte Sie hat verkauft Bezahlen Sie bezahlt Sie bezahlte Sie hat bezahlt Telefonieren Sie telefoniert Sie telefonierte Sie hat telefoniert Sie hat telefoniert Reparieren Sie repariert Sie reparierte Sie hat repariert Verstehen Sie versteht Sie verstand Sie hat verstanden Bekommen Bekommen Sie bekommt Sie bekam Sie hat bekommen Ankommen Es kommt an Es kam an Es ist angekommen Anrufen Es ruft an Es rief an Es hat angerufen Es hat angerufen Fernsehen Es sieht fern Es sah fern Es hat fern gesehen Es hat angerufen Untertitelung des ZDF, 2020